Ich hab meine Kopfhörer noch nicht auf. Oh, es geht los. Sollen wir das jetzt schon annehmen? Ich bin da, ja. Oder nicht? Achso, die können es ja gar nicht wissen, dass wir ein Clues sind. Ja, eben. Also das hätten wir wahrscheinlich. Hoffentlich sind es die jetzt. Also ich weiß nicht, wie man Kuchen im Airfryer machen soll, aber... Du kannst Kuchen-Dampfgarn irgendwie, hab ich gelesen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Was? Ihr wollt ja Kuchen-Dampfgarn. Das will ich Tolkien-Dampfgarn. Hab ich gelesen. Wisst ihr, was das einzige ist? Spaghetti mit Ketchup. Das ist der Shit. Wenn ihr fancy sein wollt, haut ihr noch so ein bisschen Mozzarella kleingeschneppt rein. Warum nicht einfach Pesto? Warum Ketchup? Warum nicht einfach Mayo? Oh mein Gott. Komm, komm, Jungs, Jungs. Also jetzt, for real, das ist schon die beste Combo. Nee, Ketchup ist es auch nicht. Was ist mit Senf? Mayo ist immer besser als Ketchup. Du kannst alles mit Senf essen. Senf ist fucking broken. Nudeln mit Senf. Senf ist schon geil. Zum Beispiel Dürer mit Senf. Das ist überhaupt nicht geil. Das ist echt nicht geil. Das Mime ist auch beinahe gestorben. Aber jetzt ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Ich distanziere mich von allem, was hier gesagt wird. Ich unterschreibe hier gar nichts. Eure komischen kulinarischen Sachen. Ich muss sagen, ich liebe Mayonnaise. Ich kann alles mit Mayonnaise essen. Mit Mayonnaise? Ja. Kann ich, möchte spielen, Braum, Luschen oder... Oder Remoulade. Remoulade ist nochmal ein kleines Upgrade. Remoulade ist aber schon geil. Hat sich mein Twitch-Shirt bei dir eingekauft? Ich schreibe mir auch die ganze Zeit, ich soll mal Braum spielen. Ja, aber ich würde auch gerne sehen, weißt du? Also, oder willst du nicht? Aber kannst du Braum nicht bleiben? Was findet ihr ist das beste, leichte Essen zum Selbermachen? Ja, ich könnte das schon abbleiben. Das beste, leichte. Ja, schon Nudeln. Achso, so richtig leicht. Aber Nudeln sind doch nicht leicht, wenn du davon viele isst. Meinst du leicht machen oder leicht essen? Leicht machen, ja. Achso, leicht machen, okay. Na, dann Nudeln. Nudeln sind sehr free. Aber Reis im Reiskocher ist auch sehr free. Oder einfach ein Curry. Aber Lasagne ist doch nicht leicht gemacht. Oder bin ich jetzt blöd? Schneidest du eine Stunde dran. Echt, Spinat-Lasagne ist super easy. Spinat-Lasagne ist in 15 Minuten gemacht. Ja, aber das ist ja nicht leicht. Ich brauche für Nudeln 30 Sekunden. Ja, aber dann habe ich nur Nudeln. Ja, gut. Dann machst du Pesto drauf und ist fertig. Hat Argo schon recht. Ja, true, true. Das ist für schon das leichteste, ja. Ey, ihr könnt mir Braum picken. Du willst Braum? Ja, Bröki will das unbedingt haben. Ich glaube, das ist letztendlich das leichteste Essen, das du machen kannst. Achso, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Nudeln mit Pesto. Ja. Ist auch einfach ein Klassiker. Immer lecker. Warum nicht? Ab und zu. Habt ihr so einen Burger, so einen Sandwich-Maker mal gesehen? Sandwich-Maker sind geil. Ist auch richtig insane. Tatsächlich? Ich fand es immer so useless. Im Studium, ich habe permanent immer Sandwiches gemacht. Das haben wir schon mal gehabt, das Thema. Aber ich verstehe mir nicht, wie das geht. Du musst ja trotzdem alles selbst kleinschneiden und so. Ja, aber du hast den viel geiler in den Crunch. Das ist so viel besser als ein Toast. Also, du machst nicht viel rein, außer Käse. Also, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, irgendwelche Sachen zu schneiden. Boah, so Salatblatt und Tomate und so ist schon geil. Du packst mir echt so falsch. Du kannst das Ganze nebenbei drauf essen. Aber ich glaube, ich schneide auch keine Tomaten. Ja. Ich spiele jetzt nochmal Gangplank, weil ich würde gerne Master in Flex für erreichen. Was passiert, Brücki? Was passiert, wenn Seraphine mal ein Schild ultet? Aber Leute, warum muss ich denn permanent blind spielen? Warum ist das denn so? Warum ist das Leben so ungefähr? Ja, ich meine, es kann auch Akali Top sein. Warum sind wir immer Blu-Side? Ja, stimmt. Wahrscheinlich wegen höherer MMR oder so. Weil die Gegner immer besser sind, ne? Also höher sind wir nicht. Probably? Nee, warte. Ja, stimmt. Dann wäre es ja so rum. Nur ich werde gejumpt. Wait, ist echt die Seraphine Ult weg im Raumschild? Also, Agwin, du ernährst dich quasi täglich von etwas so Sandwich mit Käse? Nein, nein, nein. Nein, das habe ich früher gemacht. Okay. Aber inzwischen nicht mehr. Ich bin aktuell, also schon, also ich bin tatsächlich einfach brotsüchtig. Brot ist sehr geil. Agreed. Wir haben auch immer gutes Brot, das ist sehr wichtig. Von was ernährt ihr euch aktuell? Also ich ernähre mich von liefern Servicen. Wirklich? Was? Alter Scheiße. Tolkien, wie viele Placements bringen wir heute noch unter? Ja, das ist das einzige Placement bisher. Aber das ist halt die Antwort auf die Frage. Was soll ich sagen? Von was? Von diesem Löwenanteil? Ja, die haben so eine afrikanische Bowl und die ist extrem lecker. Und das vegane Curry kippst du das einfach rein? Ich mache Reis im Reiskocher. Ja. Und dann kippe ich das Bersetli drauf, ja. Hm. Das ist sehr leicht, sehr lecker und auch recht gesund. Das können wir uns auch mal anschauen. Ja, die habt ihr so eine Brotbox? Ja. Frederik, mit dem Code Tolkien kriegst du 10% Ravapf. Wie heißt nochmal der Code? Tolkien. Kannst du mir da auch einen Link zuschicken? Ich kann dir den Link natürlich geben, das ist gar kein Problem. Alter. Aber ist das eigentlich ein Löwenanteil und dann Pengen? Warte. Kann ich, ist sie aus Plastik oder wo ist sie? Äh, aus Keramik. Wie heißt denn das? Ton. Ton ist es, glaube ich. Und also, ihr packt da einfach das Brot rein und es funktioniert. Es bleibt frisch. Ja. Und wird nicht hart. Nee, hart wird es nicht. Irgendwann, irgendwann schimmelt es halt, wenn du es zwei Wochen drin liegen wirst. Echt? Okay, das ist, das ist mein allergrößtes Problem aktuell, dass mein Brot immer hart wird. Weil in diesen, in diesen, in diesen Papiertüten, das ist ja nicht luftdicht. Nee, du musst es, was auch geht, ist es in den Backofen reintun. Also natürlich, wenn der aus ist, wenn du sonst nichts machst. Oder in die Mikrowelle ist auch einigermaßen luftig. Aber sonst ist einfach so ein Tontopf, ist komplett broken. Da wird nichts hart, außer halt wirklich nach einer langen Zeit. Außer meinen Schwanz. Ja. Ruki sagt nichts seit 10 Minuten und so eröffnest du das Gespräch, Alter. Let's go. Weil du es einfach noch gestern, Bruki, was soll das? Warum spielst du ordentlich im Flexio-Game? Ja, weil wir gewinnen müssen hier. Wir müssen ja auch gewinnen und wir haben Fittlesticks von Argo-Win. Ja. Hoppala. Ist das deine letzte Runde? Ist das deine letzte? Ja. Das ist die letzte Runde, ja. Aber wenn wir verlieren, sind wir raus aus der Promo, oder wie? Warum spielst du den Leashly Tempo? Ja, genau. Wenn wir verlieren, sind wir raus aus der Promo. Ah, es tut mir so leid. Gewinnen halt einfach, ey. Okay. Ich will 5 Gold fahren. Ich hab Orn, wie es kein für Late-Games-Gang, aber auch Early-Doch-Snowboy. Beides gut, natürlich. Aber wir haben Gang-Klick und Orn. Erhöhen wir doch die Stacks. Wenn wir dieses Game verlieren, spielen wir, bis wir Master sind. Nein. Top-Tag-Gear? Top-Tag-Gear? Das mach ich nicht. Wieso nicht? Trau dich, Alkohol. Ich würd gerne meinen Armen etwas anderem verbringen. Kann ich, wenn wir jetzt einfach nicht vorbei. Kann ich, wenn wir zwei fahren, oder? Was denn, ha? Ja, komm, wir machen. Und ich, ich mach den Engage, wenn du vollst. Das ist privat, das ist privat. Okay. Mit deinem Thermomix mal wieder hier. Und ich hab mein Max W, oder? Wo? So, hab ich auf Twitter gelesen. Ne, ich glaube, es ist immer noch Emacs. Yo, BlueSmiles. Welcher Max? Welcher Max? Eee. Normalerweise geht man BlueSmiles auf Viertel, ja. Dann haben wir denn E-Gemax? Ich muss ja nicht sagen, ja. Ich mach das, also man hätte, glaube ich, nie Q-Maxen dürfen. Du kannst es doch später noch rumtauschen. Das ist komplett dumm. Das ist, glaube ich, einer der größten, die ich glaube, an allen Zuford. Okay. Ich weiß es leider, weil ich auf Kilo mal das verkauft hab, ausgesehen. Ich hab dir mal ein YouTube-Video gesehen. Und es ist wirklich sehr dumm, mal hier auf RaumQ zu maxen. Aber du hast doch einfach ein bisschen mehr Damage, ne? Ne. Also, weil der Damage skates mit max HP. Was merkst du denn sonst? Aber es ist ja... Wie hoch geht denn der Base-Damage und wie viel Kumpel? Ja, es geht nicht nur der Base, also... Ja, Redgelegt. Beim Schild... In the way wenig Damage, ne? Ist ja schon schlecht mehr zu haben. Ja, aber beim Schild geht die Dauer auf den Schild, die Damage Reduction und was weiß ich... Und der Cooldown geht runter. Also, ich kann dir das mal... Du musst dir das einfach nur mal anschauen. Es steht in keinem Behalten. Was wird denn beim Q besser? Du kannst aber schiefst klicken, dann wird es dir angezeigt. Cooldown, ne? Damage, Cooldown, Mana kosten. Ja, das klingt doch so gut, ne? Ja, aber der Cooldown geht um zwei Sekunden runter. Das ist halt really whatever. Also, ich weiß, früher war Melda drei Punkte Q und dann E-Max. Ja, genau. So haben wir es früher gemacht. Für Landing-Face brauchst du Q doch und danach halt nicht mehr. Ich dachte, wir wollten... Ja, ich konnte nicht rein. Ich will den Slow haben, quasi. Bist du ready? Ich glaube, der Gang-Tick gleich direkt, ne? So ein Max-Sauce bekommen, I guess. Ich habe Pods zum Beginn der Klobber. Ich habe keine Q bestreilt. Du musst mir nur am besten Tag darüber gehen, oder? Nein, das können wir nicht, oder? Von mir aus können wir jederzeit. Ein Viertel ist ja immer noch super gut, ne? Auch wenn er den Double-Face nicht mehr machen könnte. Statistisch gesehen, glaube ich, ja. Äh, statistisch gesehen, ja. Rex, er könnte direkt bot kommen, ne? Aber das ist natürlich nicht so geil. Ja, das scheint auch das zu sein. Oh, ich habe echt wie Big geintet. Haha! Ich glaube, der drüber geht. Der hat keinen Jump. Ist der geflasht? Ne, hat er nicht, oder? Äh, jetzt hat er geflasht. Ja. Der hat mich durch Exhaust, äh, gefickt. Sag mal, ne? Okay. Das ist nicht gut für so allein. Nö. Keine Angst. Wenn ihr das E dann durchgemaxt habt, wird's besser. Na, also wirklich. Das ist kein Witz. Legit E ist so viel besser. Zum Exen. Als, als Q. Mein, der Cooldown geht von 8 auf 6 Sekunden bei 5 Stufen. 5 Stufen Q geben dir 2 Sekunden Q. Das ist halt not worth it. Mann, ihr möchtest mir einen Schlaubsauger verkaufen? Was? Wie viel Q er vorhat? Ach, und dann hat's 6. Mann, der Joke ist runtergegangen. Ne, der Salesman ist Tolkien. Ey, Alguin, hast du überhaupt eine Partnerschaft mit OP.GG, oder? Kann ich die beiden, wie man's wegzmaxt? Kann ich mir ehrlich sein? Der wurde dran, ne? Ja, aber ich bin einer mit einem Minion-Männchen-Drei. Er kann doch nicht von der Krabbe-Kontesten. Er kann überhaupt nix. Genau, von Nummer 3. Er ist eigentlich sehr, sehr fucked. Es ist schwer für den Bass zu gehen. Er hat kein Team. Oh, Alguin. Alguin, Armin, what are we doing? Also, das ist ja so schlecht, oder? Ja. Okay, wir brauchen noch sehr viel mehr Braumbuffs. Ich rede doch nicht voll auf die Fresse. Oh! Das war keiner sweeten. Well played. Der Flash-Silence, der war einfach alt. Der Flash-Silence, damit er nicht über die Wand kommt. Ich muss auch noch flashen, aber so ist besser. Nice. Hm. Rexel-Bot? Mhm. Ich brauche noch ein paar Minuten. Zwei, drei Minuten brauche ich noch. Dann komme ich hier auf. Ich wusste hier gerne noch nicht. Sorry. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Vor allem, die 40 Sets bekommst du ja auch erst auf der Olle-Vendile im Kumpen. Ach, was? Wie viel krieg ich denn jetzt am Anfang? Äh, 20. Für 20 Sets hätte ich jetzt nicht Braum spielen müssen, bin ich ehrlich. Ja, ich, ich, deswegen, ich verstehe nicht, warum, wenn du Trissana schließt, hätten wir wahrscheinlich was anderes zu spielen. Ich habe mir nur diese 40 gemerkt und dachte, wow, die sind aber echt sehr krass. Nee, nee, das ist auf Max-Rank. Aber die sind halt nicht in Lines, deswegen ist er gar nicht. Ich würde mir gerne diese Shutdown gönnen auf Naut. Ich kriege, glaube ich, hier Level 6. Also, wenn ich mich in den Busch nicken könnte, wäre das sehr geil. Ja, wir gaitern wie immer und du machst ihn ganz. Okay, ich habe leider, ich brauche einen einzigen Minion. 99%. So einen Melee brauche ich. Ich habe Ulti, ne? Ich habe auch keinen Flash mehr, das ist eigentlich das Schwierige. Warte, 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 Mann, oder wie? Das war so ein rotes Zeichen. Wollen wir Dragon machen einfach? Red kein Mittelauf mit Ulti, der ist ungefähr hier. Keine große Reichweite auf dem Spell. Wenn Red in Ulti-Range läuft, der Dragon ist schwierig, oder? Nein, nein. So viel Reichweite ist auch nicht. Ich habe ja super Angst vor mir gerade, ich respektiere. Aber Freddy muss aufpassen halt, ansonsten wäre der Feind, denke ich. Auch Mitte die Pien. Dann kann ich aber anulten, wenn der kommt. Sieht's free aus. Die kommen jetzt. Die wollen vielleicht, ne? Sieht easy aus. Wir können vielleicht in die Bot, in die Bot, in die Bot, in die Bot, in die Bot. Okay, in die Bot. Ich würde einfach, hier ist ja kein Wort, ich würde einfach ulten, wenn die zu nah drauflaufen. Okay, warte, wir sagen ja nicht bei mir, oh. Und ansonsten gehe ich Base. Wenn der nicht huckt oder so, ist es sehr gut, ne? Hm, soll ich einen Krieg über den Pinker losbrechen? Ja, ja. Also das ist okay, glaube ich, da hinten ist es nicht mehr so gut. Als ob der, der mich da nicht huckt, wo ich so gemeint schiff bin. Ach ja, wie lange, das ist echt kein Flash. Hm, hm. Mir schreiben gerade Leute, dass die Leakserver down sind. Oh. Es war heute Morgen, war das schon mal? Ja. Ich habe das bei euren ganzen Streamtitel gesehen. Es ist halb, ne, bis 12 sogar war das, ne? Bis 12 war es ja. Die sind, habt ihr aktuell auch diese Leak-Lobbys schon mal gehabt? Nicht mehr. Heute nicht mehr. Davor, also ich finde das ist sehr, also ich weiß nicht, was gerade da abgeht. Ich hatte so Lobbys, wo 50 bis 60 Ping angezeigt werden, aber du bestimmt 200, 300 Ping hattest. Ja, das hatte ich auch. Und das ist halt, also unplayable, das Game dann. Kann ich dir und ich. Es wird gefetzt. Einmal noch, bevor die Level 6 sind. Ja, ja, ja. Ich lächle diesmal sofort auf dich drauf, damit du den, ja. Das ist ja ein Lübscher, oder? So? Oh mein Gott. Okay, schade. Es ist kein Braum mehr. Und ich komme nicht von den Blocken. Oh, der hat meinen Jump abgebrochen. Die hat die? Nein, der hat meinen Jump abgebrochen. Die schiebt auch nicht. Aber wie konnte ich peeke? Ja, das ist leider sehr awkward. Aber wir befinden weiterhin aus dem Schloss. Mach seinen rüberzulaufen. Mach seinen rüberzulaufen. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber das Master-Problem hier. Wir haben das, wir haben das. Wir haben das, wir haben das. Ja, der hat einen Gehirn. 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 Also, eigentlich ist Braum auch super worth it hier. Später. Ja, wenn er eben so gut durch die Lange kriegt, ist auch fein an. Ja. Für sich gehört er die ganze Zeit für den Slipstick. Es tut mir leid. Autotheken kann man auch mit 0,15. Aber vielleicht noch erst dann, oder? Nein, das stimmt. Was geht man denn? Geben wir hier Merckse oder Taddy's gegen die? Schon Merckse, oder? Wir haben es auf jeden Fall. Äh, die haben wir zu viele noch gehabt. Ich habe einfach MR, weil das so gut gegen die. Wir haben Paras. Shit. Ich habe ihn von seinem Fahrrad geschubst, er ist sofort wieder aufgestiegen. Das ist eine Breitschnecke, wenn ich mit ihm darf. Kriegen wir die Gegner irgendwie dazu rein zu queuen, oder so? Nee, das machen die nie, weil wir halt davor immer inten. Aber jetzt könnt ihr einfach jetzt auch inten. Ich bete gerade. Könnt ihr einfach jetzt auch inten. Und ich sehe noch, wie Brücki vorläuft, ey. Aber die gehen einfach nicht rein, oder? Aber die wissen es. Nee, nee, nee. Wir machen einfach gar nichts. Aber ich glaube, die haben auch vielleicht aktuelle Headsets. Gut B. Bleib mal da, bleib mal da. Ja, dann nimm mal den Pink Ward. Nee, mach jetzt aber. Okay. Also, dass sie den nicht contesten, ist schon ein bisschen auch geworden. Rek'Sai wird da sein wahrscheinlich. Okay. Rek'Sai hat kein Ult und keine Brawler Storm. Okay, man, die sind kinda low. Wo war unser ADC? Wo war unser ADC? Wo war unser ADC? Wo war unser ADC? Genau so klingen Wölfe. Genau so. Genau so. Steh durch! Oh mein Gott, der Wölf überlebt, der steht. Weil genau so Wölfe klingen. Okay, leider verlieren wir den Dragon, oder? Ähm, das ist ja nicht so schlimm, oder? Das ist der beste Dragon, der existiert. Wie sieht die aus jetzt, ne? Ich hab keine Ult. Ja, wir geben den Dragon einfach ab, aber dann ist es doch free. Wir haben die Out-Skill. Wie läuft den Top-Land? Ich frag einfach mal so. Hallo, ich bin Outer. Taki, das eine Game, wir spielen Orn und der bereut sein ganzes Leben. Nein, 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 nein. Ich bin happy mit dem Game. Orn macht voll Spaß. Was ist denn mit euch los? Häufe an dieses Game. Viel besser als das Van Jacks Game zum Beispiel. Das war scheiße. Warum machen nicht eigentlich alle Orn-Spieler die ganze Zeit, rrrrrr, jedes Mal, wenn sie ulten? Soll nicht gultet. Ich mach's für dich jede Runde, okay? Okay, geht das mal. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war nicht einmal gultet dieses Game, aber weit kommt's. Hat er eine Platte bekommen, die war hart umkämmig. Konntest du das Ding ist online? Ich stehe gerade nicht zu wechseln, dann fahr ich hier einfach trotzdem weiter rein, oder? Das war echt perfekt. Jedes Mal, wenn ich sterbe, kann ich ihn essen. Ich sterbe viel. Ey, wir haben nicht den dicken Nadi, was ich da anbekommen. Ey, Jan merks, oder? Der Boy. Nice. Oben kriegen wir noch ein Plätschen. Äh, die Arcali ist im Botzerwirbel. Die hat auf Ulti noch Up, ne? Ja, die werden wir gerade drängen machen. Der Kleck hat sogar Botnum mit Ulti, aber das wäre schon sehr toll. Naja, die Auto-Tank nicht so viel, that's fine. This is actually true. Ich seh mich hier actually. Ich hab einen Botzerwirbel. Wie siehst du den? Der gibt irgendwie für... Auf wen willst du den? Naja, der ist hinter mich, ne? Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob er... Du bist so low hier. Ich komm, ich komm, ich komm. Ach, Mann. Alles gut. Ne, das ist irgendwie nicht mein Game. Ich weiß auch nicht. Ist er hier drin? Ja, der ist da drin. Die Rexha. Ne, der Spot. Oh, ne, die ist raus. Die hat hier ganz viele Tunnel in der Mitte. Haben die Vision? Oh, die haben... Die haben gerade Dragon gemacht. Ja. Ja. Vorsicht, ne? Die Rexha ist unten. Vorsicht, ne? Die Rexha ist unten. Das wollen wir doch aber contesten, ne? Hat die Seraphine gerade geultet, Brücken? Ich denke schon, ja. Die müsste jetzt in die Viertel rein. Könnt ihr das hinten? Ja, die Rexha ist hier unten. Oh, das ist... Das ist... Das ist... Aber ich kann schon nochmal von hier oben kommen. Wenn ich jetzt nicht gerexailt werde. Aber voll... Ja, eben. Vorsicht, Akali kann jetzt auch da sein. Ich muss ganz defensiv Mitte gehen. Akali ist Mitte. Nein, nicht Akali. Rexha kann wieder sein. Achso, ich habe jetzt Reva. Ihr blockiert mal die Wards. Ja, Vorsicht, Akali ist hier wieder. Akali ist hier wieder. Die ist sehr viel stärker als ich gerade. Vorsicht, 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 der will feilen. Okay, wir wollen das nicht. Actually... Ey, war in der Lane ein Wort? Ey, ich habe die gerade gecleared. Ich habe die gerade gecleared. Okay, okay. Aber der Naut ist so low, die werden nicht... Die werden nicht in der Lane... Nee, 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 nee. Also vielleicht... Trotzdem gankt er dich. I don't know. Aber ich... Er muss wahrscheinlich lieber für die Ult bewahrt. Oh, 8 Sekunden habe ich es wieder. Oh man, ich komme nicht ran für die Ult. Ey, Rexha ist Bot. Hm. Was ne Scheiße. Ich habe in 10 Ult. Ja. Ich weiß nicht. Ziemlich viele, ne? Ich habe Argoly noch nie so viel Botlane gesehen, wie in diesem Game. Also ich meine, ich könnte Toplane-Gang eigentlich. Alles gut. Ich bin am Chain. Nee, ist sehr gut. Einmal wenn es funktioniert, dann mit Drupal-Kill. Also wenn sie echt mal ab... Die sind so vorsichtig, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Der Klett wird ja so genommen hier. Vorsicht, Vorsicht. Akali kann oben sein. Akali kann oben sein. Okay. Oder Brot. Ich meine, ich könnte überall sein. Ah, ne. Ich kann es vielleicht fast Short nehmen. Wenn er stays und wir dive in Argo-Mobil. Alter. Gott, Alter. Aber Freddy... Auf der oder auf der nächsten? Wie kann man... Also ich würde diesen Chairman so permaband, wenn ich mit Lane-Man wäre. Ja, das ist... Also... Ich meine, du musst halt den Flash zwischen dem R1 und dem E kriegen, ne? Das ist schon sehr frustrierend, Akali, wenn sie halt das... Das sieht disgusting aus. Dodo doooo! Dodo doooo! Dodo doooo! Ohohoho! Der arme Klett, ey! Die Party-Kombo. Nicht so cool für ihn aus, ja. Soll ich jetzt weiter wie eins für Argo? Und pack. Ihr geilen Schweinchen! Kriegen wir den Haralds? Der ist, glaub ich, ziemlich sicher Base gegangen. Okay, Brücki. Ja, ich bin ab. Ich bin aber alles, alles fein. Alles fein, wie immer. Wir müssen einmal mit der Akali aufpassen. Also, die ist jetzt... Ich sollte sie matchen gehen. Ich sollte sie matchen gehen, im besten Fall. 100 zu 0 lifen, der ist nicht so strong. Die hat keine Visionen, ne? Sobald ich Shield-Board hab, bin ich, glaub ich, fine. Aber die ist seit... Ab der 20. Rexha Gang. Ist jetzt schwierig zu landen. Ja, ich bin doch langsam auf der Weg Richtung am R. Das wird schon. Welches Atom willst du dir holen? Brauchst du auf Nature, und dann wahrscheinlich noch Anathamas auf Akali. Mal gucken. Rexha am Raptor? Willst du gerade mit einem Item verkaufen, oder warum fragst du? Wissen, welcher am R-Tips du gerade gehst? Mein Force of Nature ist nicht so gut gegen Akali, aber mit Seraphine und so ist schon fein. Wenn es nur Akali wäre, hab ich nur Anathamas und Gargoyles kaufen, glaub ich. Was machen wir denn mit dem Herald? Okay, er wird grad abgegeben. Okay. Ich würd' einfach nochmal ein Botland mal gucken. Vielleicht machen diesmal einen Fehler. Die haben wieder keinen Land-Mord, oder was? Die Mitte geht auch, also sollte reingehen. Wait, also diesmal der Natubus zeigt sich gar nicht mehr. Der Kleid ist schon hier, der kann gleich ulten. Der WL-Bult, ja. Aber ich hab TP. Wenn er nicht in der Mitte dived, zieh ich rein. Ich könnte von hier ulten, probieren. Mach grad der Herald zu zweit, ne? Ich könnte nach Mitte kommen, die beiden. Ja. Der Sticks. Der Zipping. Nice. Da ist huge. Und Dreg auch direkt. Und Mitte-Tot auch direkt. Let's go. Ich hab TP. Reksa kann ich mitte killen, komm. Wo ist denn die Reksa gerade? Klett kommt auch. Was ist denn mit denen da unten eigentlich? Ja, die spielen sehr defensiv. Ja, ist okay. Warte, 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 warte. Was ist das zweite Item auf Viertel, wenn ich nicht Sonjas geben möchte? Du willst nicht Sonjas gehen, dann gehst du Shadowflame. In dem Game. Aber eigentlich solltest du Sonjas gehen, ne? Ne, ich bin keine Pussy. Was? Am I dead? Ich weiß genau, was in der nächsten Zeit passieren wird. Und ihr? Also, ich kann dir sagen, hier kein Sonjas zugegen gegen Naut, Seraphin, Reksa, Akali, Klett. Das ist alles gut für Sonjas, ne? Ja, das wollen wir ja auch nicht, oder? Also, jeder, wie er möchte. Du hast ein Needless wie Large Rod gekauft. Ja. Hast du gesagt, Shadowflame. Wenn ich nicht Sonjas will. Hm. Ich war nur ein Item, das ist Game Over. Äh, die Laneswaffen. Äh, die Laneswaffen. Äh, dann sollten wir wahrscheinlich auch Laneswaffen, ne? Ich sollte sie einfach wahrscheinlich das ganz gerne mit Ulten. Das wäre schön. Bist du schon gegen die Akali gehen? Toll, Geh? Kann ich machen, kann ich machen. Bitte Falle. Nee, ist das für mich auch Falle nicht. Ich ulti. 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 Ich hatte auch keine Ult für 40. Ja, die Akali kann kurz einmal mit reinrotieren. Wir sehen sie nicht. Oh, die ist hier? Ja. Ist die drin oder? Kann auch nach unten kommen. Kann ich denn hier einmal Control bauen? Ich hab die schon drin. Wunderschön. Wunderschön. Aber okay. Ja, wir hätten da ein bisschen warten können. Wärts das Top, ich bin an, Dive. Ich hab Tee und Ull, aber ich würde gerne den Bob-Tür nehmen. Gut. Oh, ich sollte nicht E-Maxen, ne? Second. Nein. Ja, das soll ich jetzt auch erfahren. Aber was hast du denn für Leute im Chat? Ne, ich hab niemanden gefragt. Ich hab das einfach gemacht. Ich krieg immer noch Gangplink für meine Zuschauer. Okay, okay. Warum kriegst du keine Filmsdipfel in den First Times? Hab ich jetzt bekommen, hab ich jetzt bekommen. Nachdem ich 4 Punkte in den Leashield hab. Du die P-Mittel oder? Wir, ich hab keine Ultras. Wir können nicht contest. Wir sind Harry-Bärs. Und dafür hat er jetzt einen fetten Tuit bekommen. Yep, yep. Äh, ich kenn den nicht Nashen, oder? Wolltest du die gegen Grump, oder was soll ich? Also, ich werd sie dir nicht wegnehmen, wenn du sie willst. Äh, Action-Licky sind die am Nashen, oder? Die können nicht Nash mitlaufen. Doch, die sind dabei. Die haben die Ahnung, die sind echt nicht so weit. Ich bin... Ach, hast du eine Twitch-Check gesagt? Bot-Side? Ich bin Bot-Side. Ja, ja, das wissen die auch. Die machen den wirklich, die machen den wirklich. Ja, ja. Also, wir müssen... Kann reinmugen, aber... Er kann auch nicht wirklich helfen. Ich hab ihn gestoppt, ist es fein. Die machen ihn nicht mehr. Aber sie werden ihn gleich wieder machen. Machen sie? Also, Akali ist sehr, sehr low. Sie werden aufgehen. Na, 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 na. Ich kann einfach draufholen. Die können die noch nicht mehr draufholen. Die Raffi ist viel zu low. Also, wenn du rausgehst, wäre das, glaube ich, das Beste, was ich machen könnte. Du, 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 du. Aber ich... Nee, die kann ich vielleicht ulken. Alter, die Stark ist on! Wart um sie... 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 Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist okay. Ja, wenn du... Wenn du halt wirklich committed bist, keine Defensive zu borden, ja. Ich bin auf jeden Fall committed. Also, ich wurde... Ich wurde exhausted auch gerade. Ja. Wurdest du? Sehr viel. Ja, aber ich soll es in der Stipine... Mit der Push-NN, ne? Für uns? Ja, ja, Klett ist noch nicht base. Der war mini. Ich bin halt sehr lang tot, ne. Aber Imi Gangplank macht sehr viel. Wir haben Gangplank. Die haben keine Müschen drauf. Wenn wir die Mitte sehen, ist es possible, I think. Die haben keine Müschen drauf. Vielleicht nehmen wir Rexhael-Botlane. Dann chillen wir und spielen für Drak, I guess. Dann chillen wir und spielen für Drak, ja. Wir haben ein Upgrade für... Wahrscheinlich... Ich hab gleich mal ein Shield-Bot. Oh ja, ich brauch mehr. Ich brauch mehr. Ich brauch mehr Drak-Botode. Benutze es, benutze es, benutze es. Benutze es, benutze es bitte. Danke. Ist es wieder ready? Hm? Oh, das ist ja cool. Weil das ist ein neues Item ist, ne? Mhm. Das ist richtig, richtig stark manchmal mit Gale Force auf Articaries gewesen. Das erwartet dann. In Vergangenheit. Das kann richtig entscheiden sein. Mhm. Und Sonja ist ganz, ganz früher noch. Oh Mythic Items. Ich hab ein paar Leute gefunden. Ich bin jetzt, jetzt bin ich Gigafit. Kann ich die Drak? Ja, ich bin stark. Wir können alles fighten jetzt. Alles. Was zum Dragon gehen? Wir brauchen nur jemanden, der aktiv den Fight engaged. Look. Bröki, und da sehe ich dich. Ja. Wir haben ja kein Orn. Wir haben ja kein Orn. Wir haben ja kein Orn. Das muss doch Sana machen. Was mit Team? Wir gehen gerade das Top-Tum ab. Ja, das ist aber, wenn wir da verdranken. Das macht doch locker raus drauf. Ich hätte da rein ulten wollen. Nein. Ich bin nur nicht in der Position gewesen. Ich war schon drauf. Vertrau mir. Die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Nein, die kommen nicht. Was mit Mittel? Die gehen nash, oder? Ich bin da. Ich bin da. Du dich. Na, na. Wait, die hooken hier. Das ist eine Curling? Irgendeine Apairing. Oh mein Gott. Ist aber rausgekleidet. Ich habe Heilungen ganz wieder vor euch. Ich bin der Maul. Wrecksign. Die hat sie noch E? Ne, das wäre ja ult. Haben sie? Können wir nashen? Wir können nashen. Was ist dafür? Ich kreibe euch alle hoch. Und im Team bald kriege ich keinen Assists. Zwei. Gibt Kranient Virtue keinen Assists? Doch. Nein. Doch, doch, doch. Ich dachte, der muss doch Assists kriegen dafür. Ich habe alle gehalten. Ich habe keinen Assists bekommen. Ja, dann ist es bugged. Du hast uns auf jeden Fall alle gehealt. Also das war richtig krass, die Virtue da in dem Fall. Ja, ja. Das Item ist immer noch auf B, finde ich. Wie haben wir den Fight gewonnen? Keine Ahnung. Ich und Agurin haben alles in der Kali committet. Nichts gemacht. Ja. Wir haben trotzdem den Fight gewonnen. Ja. Ja. Na shop. Ich habe den Team-Pop. Ist einfach sehr schlecht. Ich habe den Team-Pop. Ist einfach sehr schlecht. Ich möchte gerne einen Upgrade haben. Ich glaube, das ist alles unheimlich. Ja, Vorki ist nicht überladen. Also das war sehr authentisch. Vorki ist glaube ich tot, bevor du ihn abbilden kannst. Ich tippe zu Vorki. Vorki lebe. Vorki läuft, dass ich hinterher lebe. Lebe einfach. Noch nie was würde irgendwas tun. Ich dachte eigentlich, die Zeiten der Mafia sind vorbei. Ne, ne. Die fangen jetzt an. Die fangen jetzt an. Die fangen jetzt an. Ich habe den Therapie getötet. Let's go. Können die ja überleben? Ne, ne. Ne, ne. War klar. Ohne Milchstätte nicht. Ne, das stimmt tatsächlich. Wurde ich schon wieder exhausted? In dem Fight, wie viel FPS hast du? 20. Ich habe aktuell so FPS Probleme. Habt ihr das auch? Ich bin auf 70 FPS jetzt. Hast du nebenbei einen Stream offen? Nein. Auf dem zweiten Bildschirm irgendwo? Nein. Also nein. Ich habe nur mein Chat und OBS. Okay, gut. Das war mein Problem immer. Kann doch nicht sein, dass ich 70 FPS in League habe. Mhm, mhm, mhm. Why? Können wir da nicht dahinter tippen und zappen machen? Ich habe keinen tippen, nur Freddy. Aber Freddy kann zappen, ja. Ich tippe aber defensiv. Go. Was ist defensiv? Ich habe hier gerade... Ja, der ist ein Nautilus. Wie sollt ihr denn? Ich komme. Ich komme. The long way. Den Gold? Oh mein Gott. Wir haben, glaube ich, wirklich, oder? Ich kann viel leichter Karte töten. Du bist einfach Warned. Kann ich tippen euch? Na, ist okay. Ja. Ja. Er hat überall Worte, dass da sein Hook Mist war nice, I guess. Okay. Ist das bei euch? Ist das bei euch? Das muss bei euch sein. Das muss bei euch sein. Wuh! Ja. Wie machen wir das? Ihr seid nett. Er hat mich die Kette getroffen, was fast. Hey there and Dave. Hm. Das sieht gar nicht so gut aus eigentlich. Okay, das mal 5-5 machen. Also ich glaube, 5-5 sieht gut aus, glaube ich. Ja. 5-5 sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ich möchte auch noch kurz meinen Essens-Betting machen dann. 5-5 WB-Kings? Ich spiele so beschissen schon wieder, ey, kacke. Und langsam gerade. Wirklich, ich komme zu dir. Fürs Upgrade. Wir haben halt nicht zum so einem Tolkien zu gefährden, to be honest. Also wenn wir einfach Front-in-Belt-Clan spielen und mit den Assassins gut umgehen, ist es free. Ist sie free? Äh. Ja. Ja. Wenn wir sie langsam killen, ist es Soul, ne? Ich komme noch ran irgendwann. Ich komme irgendwann ran. Schnell killen wir die jetzt gerade eh nicht. Ja, ich muss nur runden. Okay, was? Der Mensch, du hast. Was machst du für einen? Haha, mein Kill. Dammit. Hey, danke Tolkien. Hey, bitte. Junge. Ich weiß auch Sonjas. Was bist du denn für ein Kiegel-Shet? Ja, das ist voll cool, ne? Alter. Wer will das nächste Upgrade haben? Kann nicht Freddy? Wer von euch beiden? Juhu! Warte, 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 warte. Ich hab mich überzeugt. Hat mich überzeugt. Hat mich über abgeholt. Sehr geil. Jemand meint, das liegt vielleicht an Refresh-Rates der Monitore. Weil die unterschiedlich sind. Ne, sind beide 144 Hertz. Meine sind unterschiedlich tatsächlich. Ja, geht auch. Ist wie gesagt. Geile meine. Ich habe fast mein nächstes Item. Wie lange auf Volt, Agroin? 5,2. Also es wird nicht ab sein. Ach, shit. Ich habe jetzt kein Item für den Volt. Oh, ich bin, ich bin geflamed. Du kannst auch schon hier. Du bist auch, glaube ich, einfach auf dem Raum. Nicht mit Karma. Microsoft Dings hat mein Tonspuren-Rennen kaputt gemacht. What the fuck is this shit? Ich würde sagen, ich... Ich mach Dragon. Das ist mir so abfuckend. Das ist ja so abfuckend. Lass auf Agroin zu Ultraten, oder? 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 Kann niemand das Schild? Ja, okay... Er ist ja auch mit. Er hat gestern. Was passiert? Ich glaube, das ist ein Game, actually. Die Rexal, die macht gerade einen Tentakill, by the way. Die Rexal. Kennst du was? Wir haben echt, haben wir gerade verloren? Ah, nee, nee, das ist nicht ganz. Wird schon sehr, I have a heart to death. Aber maybe. Ich glaube, die eine Wave sollte reichen, wenn du vielleicht das schaffst. Versuch den Großteil zu klieren, aber die sind schon schnell unterwegs. Als ob wir das echt verloren haben. Aber Leute, das Master-Probo ist dann lost. Nein, nicht die Master-Probo! Dave, that's it. Wollen wir rein, wollen wir rein. Okay! Aber was happened, Guys? Wir wurden allein gelassen. Wir wurden komplett allein gelassen, Guys. Oh mein Gott! Wir wurden allein gelassen, aber wir haben nur Klett abgefangen. Und dann sind Naut, Rexal und Seraphina uns getötet. Klett als Bait benutzt, oder was? Ich habe auch jedes Barrel verfehlt, also das Game war wirklich terrible. Nee, ich habe auch komplett gegen mich das Game. Aber das stimmt doch, du bist aber ins Pit gelaufen. Ja, weil ich dachte, wir fighten aus dem Pit raus. Und dann hatte ich keinen Flash und war stuck. Und wie war dein Sonjas in der Situation? Nicht vorhanden. Okay. Ach Mann, ey! Was ist mit dieser Scheiße hier los? Ich wollte gerade auch Einstellungen machen und dann ist der Teamfight los. PopG, 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 PopG.